Und damit willkommen zurück bei mir, Jesse Neven, zu Star Wars Outlaws, Part Nummer 18. Ach, ich muss mich mal kurz ein bisschen anders hinsetzen. So, sehr schön. Ich hatte euch ja gesagt, ich werde jetzt hier durchspielen, weiter, aber das ist quasi gestern gewesen, als ich das erzählt habe. So, wir gehen rein. Vermächtnis ist dann, denke ich mal, Part 2. Weil vielleicht kriegen wir jetzt auch eine neue Quest angezeigt, die wir jetzt machen. Und damit euch viel Spaß und haut rein. Das erklärt aber auch, warum der A-Wing da im Sumpf rumlag. Okay, gut, das hat er sich ja eh schon erklärt. Weil ja eben so viele Rebellen uns bei der einen Mission geholfen haben. So, verlasse die Rebellenbasis, sobald du bereit bist. Ich bin bereit zu jeder Zeit. Rebellion. Schau nix. Er ist einfach da. Er kann sich teleportieren. Mann. Ein echter Wunderknabe. Okay, Asara, ich bin oben. Wo bist du? Auf dem Weg zum Rückengebiet. Wir treffen uns dort. Ganz genau. Komm, deine kleinen Füße machen jetzt mal Pause. Also, dafür, dass sie mir ein Todesmal besorgt haben, hätten sie ruhig mal... Hätten sie ruhig mal umsonst mit Endy helfen können. Gibt es hier irgendwo einen Schnellreisepunkt? Nee, leider nein. Also, einmal umdrehen. Und einfach der Straße folgen, okay. Ich muss zugeben, ich bin überrascht, dass du das alles für einen drohlichen Ruf dich nimmst. Tja, und ich bin gar nicht überrascht, dass die Hutten euch übers Ohr gehauen haben. Mein Trupp wurde gefangen genommen, als sie Waffen gegen die Tributkonvois kaufen wollten. Ha, lass mich... Die Hutten haben gemerkt, dass Gefangene Rebellen mehr bringen, als gewöhnliche Kunden. Ich hätte es wissen müssen. Kalis hätte den Fehler nicht gemacht. Sie war meine Schwester. Und sie starb in der Schlacht von Scarif. Tut mir leid. Nie davon gehört. Dafür hat das Imperium gesorgt. Kalis war eine Helde. Und als sie mich brauchte, war ich nicht da. Deshalb bin ich jetzt in der Rebellion. Hey, Asara. Was ist los, Kay? Eins frage ich mich, seitdem deine Crew mich zum Sterben zurückgelassen hat. Ja. Tut mir leid. Wie bist du in einem von Sleros Tresoren gelandet? Tja, Slero ist ein Mann mit vielen Ressourcen und ich dachte, ich könnte einige einem guten Sweck zuführen. Ja klar, aber warum du? Du bist nicht gerade gut in sowas. Schon. Aber ich kenne Leute, die es sind. Wie dich. Und die Rebellion braucht alle, die sie kriegen kann, wenn wir das Imperium schlagen wollen. Okay. Okay, Asara. Ich bin im Tunnel zum Huttengebiet. Dann bist du in der Nähe. Ich schaffte unser Ziel aus. Jetzt muss ich auch gerade nachdenken, was hier Scarif war. Ah, das war ja von Rogue One. Quasi die Endschlacht. Zum Glück bin ich sehr gut gestellt. Mit den Hutten. Auch nicht zuletzt, weil Jabba ja irgendwie in meinen Kopf wollte. Ich hoffe nur, dass sollte es jemals einen zweiten Teil geben, dass sie dabei bleiben, dass es nichts mit Luke, Han, Leia zu tun hat. Du hast es geschafft. Gleich mal als Easter Egg oder sowas. Mein Trupp ist da unten, auf dem Weg zu den Käfigen. Die Hutten haben sie noch nicht verkauft. Sie verhandeln wohl noch immer mit dem Imperium um den Preis. Das sind meine Freunde, Kay. Und ND ist meiner. Versteck dich, während ich das durchziehe. Gefangene sind leichter zu befreien als Geiseln. Jawohl. Ich suche einen Fluchtweg für uns. Okay, da ich aber gut mit denen gestellt bin, kann ich vielleicht einfach so rein spazieren. Okay, wohl doch nicht. Oder ich probiere es einfach mal. Wisst ihr was? Ich probiere es einfach mal. Ich probiere es, Nicky. Und wenn mich einer sieht, dann weiß ich ja, was passiert. Und dann wollen wir mal schauen. Und so. Und so. Was ist das? 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 Ich wusste jetzt auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Aber schön, dass die mich dann doch irgendwie sehen. Obwohl ich Mondgras bin, also das ist auch nicht in dem Fall mit Assassin's Creed zu vergleichen, leider. Und soviel zum Thema, dass wir ja Freunde sind. Ich guck mal, 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 ich guck mal die Hälfte hinter mich gebracht. Ich hab leider keinen Taser oder sowas, wenn ich die Roboter ausschalten kann. Das heißt, an den Druiden muss ich vorbeischleichen. Dankeschön. Dankeschön. Oh, guck mal, hier können wir doch... Ah, ne. Scheiße, ich dachte, es wäre in Lüftung geschadet. Untertitelung des ZDF, 2020 Mann, hier gibt es so viel Loot und nichts davon kann ich mitnehmen. Das ist, äh... Achso, das ist Bacta. Ist schon voll. Brauch ich nicht. So, vor allem auf die Mannbeerschweine muss ich richtig Acht geben. Hm? 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 So, mal gucken, ob die beiden sich zeitgleich umdrehen, sowohl links über meine Cam wie auch... Scheiße... So, und sobald sich hier Mannbeerschweinen weiter bewegt... ...klettere ich hier hoch... ...klettere ich hier hoch? Achso, ne? ...und meine Leute da raus. Halt sie aus! Das wird nicht einfach! Hier sitzt die Kette! Oh, weh! Oh, weh! Oh, ha! Oh, ha! Oh, ha! Oh! Hallo! Oh! Oh. Oh... Ah, ha! Oh! Oh! Oh, ha! Oh, ha! Sind das jetzt Menschen? Sind das Poliden? Hey, der Weg ist frei. Aber warum war das Serik-Besh und nicht das Imperium? Schätze, seitdem wir ihm in die Quere gekommen sind? Was passiert hier? Oh mein Gott, das sind also gerade so viele Informationen in meinem Kopf. Du hast heute viele Leben gerettet. Und du könntest noch viel mehr retten. Weißt du, was ich über euch Rebellen gelernt habe? Was denn? Ich habe ein Todesmahl, einen halbtoten Droiden und eine Crew ohne Schwergewicht. Und ihr redet nur darüber, wie ich euch helfen könnte. Ihr seid auch nur ein Syndikat. Ihr nehmt euch einfach, was ihr braucht. Wir haben den BX-Regulator. Sieht aber nicht gut aus. Wir sind unterwegs. Geht es in die 5 gut? Beilen wir uns. Hoffentlich ist es ein Schnellreisepunkt. Ich habe jetzt keinen Bock, da hinzufahren. Ah, oder so. Ist noch besser. Hast du ruhige Hände? Perfekt. Perfekt. Der hier. Verbinde ihn mit der Kupplung. Schnell. Aber nicht zu schnell. Das war so nicht gewollt mit der Kamera. Geh. Du hältst ihn falsch rum. RIP. RIP. Ja, ich wollte... Ich habe das noch aus dem Stream. Willst du drüber reden? Der Casino-Job ging schief. Was soll ich groß dazu sagen? Es heißt, Gedeek wollte einen Droiden kapern. Aber der geriet in Panik und löst der Alarm aus. Du weißt davon? Ich habe noch ein paar Kontakte beim CBPD. Gedeek hat's versaut. Glaubst du, ich wollte, dass er erwischt wird? Du hast ihn zurückgelassen, Kay. Jetzt bleibt ihm entweder Gefängnis oder Imperium. Moment. Gedeek kannte das Risiko, ja? Ich arbeite lieber allein. Schon immer. Das klingt nach Rico. Nicht nach dir. Genug geredet. Dann arbeitet sie ja nicht mehr mit Leuten zusammen. Dir geht's gut. Hab ich dich verletzt? Na, wenn schon. Du warst kaputt. Nein, so bin ich. Ohne Jalen Sandboxen bin ich nur ein Kampfdroide. Infiltrieren und eliminieren. Und mehr nicht. Das warst du? Ich war dagegen. Geheimnisse, Kontakte, Kredits. Bei mir läuft gar nichts zusammen. Hey, Kay. Wir brauchen zwei Hacker, oder? Tja. Und sie ist die Beste. Nicht sie. Ein Schiff, eine Crew, ein großer Auftrag. Ich wusste, dass sowas in dir steckt. Ich helfe dir nur dabei, erfolgreich zu sein. Gut, Kay. Schon klar. Aber die Beute geht vor. Wir brauchen sie. Du brauchst sie. Und dein Todesmahl verschwindet nicht einfach. Schön, dass du wieder da bist. Ich dachte, sie ist tot. Wir haben viel nachzuholen, Kleine. Was willst du hier? Jalen meinte, ihr braucht Feuerkraft. Und, äh, Rebellionen sind teuer. Super. Wenn ich der Rebellion mal einen Anteil geben muss. Beziehungsweise wenn ich mit denen teilen muss. Dann Prost Mahlzeit. Ja, gut. Okay, also. Vermächtnis Part 1. Äh, kurzer Cut. Not to, ja. Also, ist das so sehr, sehr. und ich bin wieder da sehr gut, also die jetzige Quest heißt die Wahrheit so, da bin ich wieder wir sind jetzt in der Story die Wahrheit wahrscheinlich werde ich dann noch so die Folge nennen damit ihr auch Bescheid wisst schön was willst du, Kay? ich will sie nicht auf meinem Schiff nein, ich meine nach dem Job wenn du reicher bist als der Großteil der Galaxis was dann? was? wen kümmert's? du weißt es nicht ich will meinen Anteil und dass Rico geht du willst frei sein, Kay und dafür musst du die Geister der Vergangenheit abschütteln und endlich erkennen was direkt vor deiner Nase liegt sie ließ mich mit einem Blaster und einem Casino-Chip zurück, Jalen ich war zwölf okay jetzt verrate ich dir ein Geheimnis ich wurde reich geboren Geheimnis? hättest du mich nicht angeheuert, wärst du mein Ziel meine Familie hat Schiff meine Familie hat Schiffe auf Corellia gebaut deine Mutter deine Mutter ist eine der besten Hackerinnen die ich kenne und sie wünscht sich mehr als wir alle dass du es schaffst mehr als ich es ist dein Team und jetzt? du kennst Slyros Anwesen am besten es überrascht dich sicher nicht dass wir seinen Kurzschlüssel brauchen den er immer bei sich trägt angeblich vermittelt er gerade zwischen Serek Bash und dem Nachrichtendienst des Imperiums dem ISB du infiltrierst das Treffen klaust den Schlüssel und triffst uns dann auf Kanto und dann ziehen wir das größte Ding durch das die Galaxis je gesehen hat okay Rico hat ein Lambda-Shuttle besorgt ich schicke dir die Koordinaten und sei vorsichtig wenn er den immer in der Hosentasche hat ist das doch absoluter Oberquatsch ah man ey ich warte auf dich sprich beim Amari See mit Rico mit Rico sprechen an diesem See da ist um die Ecke da laufe ich hin das tut nicht weh schon wieder bin ich ins Cockpit spaziert für dich wurden hier einige Sachen hinterlegt na wer sagt's denn ja scheiß auf die Sachen man was denn zwingt dein Hembolzen dich aus dich für ihn zu entschuldigen nein ich bin nur enttäuscht wir können nichts weiter tun das ist sein Auftrag seine Crew das solltest du besser wissen als jeder andere ja das stimmt wie ich sehe hast du meinen Blaster noch die Energiezelle ist nachgerüstet sie überhitzt ziemlich schnell das habe ich vor Jahren behoben oh und was hast du sonst so gemacht ja das lassen wir lieber mal du hast recht bleiben wir beim Auftrag Sleros Treffen findet auf einer ESP Station statt die höchste Sicherheitsstufe der Galaxis aber die einzige Chance an ihn ranzukommen mit dem Schiff kommen wir rein holen den Schlüssel und hauen ab unbemerkt wir äh nein nix und ich machen das kann ja ein imperiales Shuttle fliegen oder du ich weiß ich mag der letzte Mensch in der Galaxis sein mit dem du in einem Shuttle sitzen willst aber wir brauchen zwei Hacker was war dein Plan improvisieren ich improvisiere schon mein ganzes Leben klappt es ja ganz gut dieses Mal nicht komm komm mir einfach nicht in die Quere gut aber wenn wir anfangen müssen wir es auch durchziehen Spiel sieht schon gut aus aber macht schon Spaß aber sieht einfach nicht Oberpremium gut aus du bist im Begriff den letzten Teil des Spiels zu beginnen danach kannst du keine Syndikatsquests, Aufträge oder andere neben Aktivitäten mehr durchführen bis es beendet ist ja er juckt ich mach die eh nicht ja bin ich bringen wir es hinter uns also sie sieht stellenweise sieht es halt leider echt nicht so gut aus nach dir nicht nach was waren die Produktionkosten so eineinhalb Milliarden aber gut auch viel Lizenzgelder ach das ist nicht wie das ist aber ich hab dazu neulich im Stream was gesagt könnt ihr übrigens auch gerne mal vorbeischauen Twitch.tv slash Jesse Neven generell Lizenz Games inzwischen zu teuer für das was was eigentlich geliefert wird weil da zu viel für ja eben die Lizenz vergeben wird und da sieht man mich nicht wie gesagt das ESB jagt Rebellen keine gestohlenen Shuttles tolle Rede Rico ich feiere später ja ja das Hä, wo muss ich denn? Ist sie da reingegangen? Lull. Ja, okay. Ach ja? Dann such lieber den Raumplan, bevor du abhaust. Ich meinte nur... Vergiss es. Gut, suchen wir den Treffpunkt, stehlen den Schlüssel und verwischen die Spur. Zusammen. Aha. Easy. Das ist die Konsole. Die Wache, die Wache, schon klar. Seine Warnung. In einer Stunde, die ist ein Entwurf. Nicht schlecht. Jetzt helfen wir das zu hacken. Du hältst jetzt erstmal deinen Maul. Ich habe dich gefressen, du alte Butterbirne. Ja. Ja. Oh, okay. Glück gehabt. So. Hm. Hört zu, Kim. Irgendwas stimmt hier nicht. Überall wimmelt es nur so von Sirik Besh. Da will ich den Überblick behalten. Drück das Knöpfchen nix. Zack. Ausgeschaltet. Okay, okay, okay. Weiter geht's. Also wir sind jetzt... Ich weiß jetzt nicht, wo ich hingehen soll, ne? Also ich komme hier hin. Jetzt kommt der gucken. Aber der andere ist halt auch noch da. Ah, okay. Ich habe den Überschneidungspunkt. Den sehr langen habe ich ein bisschen verpasst zu Beginn. Was ist jetzt los? Nach's eine Wartungsluke vor dir. Auf dem Boden. Geh da rein. Oh, warte. Du hast Gesellschaft. Umgehe sie und versuch, nicht entdeckt zu werden. Nix, du bist der Beste. Wo ist jetzt die Wartungsluke? Ja. Wäre es aber nicht einfacher, wenn wir sowieso uns schon aus Viros Tasche eine Karte ziehen müssen. Oh Mann ey. Das Ding geht eh in die Hose. Hopp, hopp, hopp. Rüber. Und schon bin ich oben. Jetzt zwar auch weiter, aber ich glaube, mein erster Instinct schickt mich eher da rein. Jetzt kommt weiter hoch. Und das heißt, dass hier nur Loot ist. Perfekt. Weil ich würde es eigentlich nicht Instinct nennen, sondern einfach nur absolut obvious vom Level-Design. Oh. Ich wollte eigentlich wieder mal nach rechts gucken. Du müsstest gleich da sein. Aber irgendwie so rückblickend hätte es mir klar sein müssen, dass nochmal die Mutter auf aufs Spielfeld kommt. Alternative wäre gewesen, man sieht halt nochmal, wie sie vielleicht vom Imperium ermordet wird und das gibt uns dann den Anreiz, bei der Rebellion teilzuhaben. Hey, das vorhin tut mir leid. Das war mein Fehler. Es ist, äh... Ich kümmere mich darum. Die Viper sind mit Konsolen verbunden. Die kann man hacken. Danke. Ein paar der Droiden sind noch aktiv. Lass dich nicht nochmal sehen. Hab viel Zeit mit Vipern verbracht. Das wird schon. Hm. Davon musst du mir später mehr erzählen. Wem sagst du das? Ich kann nicht mehr aufhören, hier die ganze Zeit so zu quatschen. Wir haben hier verstanden. Ah! Ah! Warte einfach. Ah! Kira plant was Großes. Hey! Sei still. Man weiß nie, wer zuhört. Wir... sind doch mitten in der Wüste. Hier ist niemand. Siehst du die Erhöhung? Das perfekte Versteck für einen Sensor druiden. Alles, was wir sagen, könnte aufgenommen werden. Komm schon. Du wirst langsam paranoid. Tja. Ach, das hilft mir auch nicht weiter. Vor ein paar Monaten ist ein Klamasli-Tonator neben mir. Ich bin unverletzt geblieben, aber meine Ohren pfeifen immer noch. Ich meine, man bringt ja nicht um. Das ist ja der Oberwitz da dran. Irgendwann würden die auf jeden Fall wieder aufstehen. Warum wir beim Imperium noch nicht auf der ganz hohen Liste stehen. Das ist halt wirklich ein absolutes Oberwunder. Okay, das heißt, ich könnte jetzt mal langsam anfangen, ne? Zack, zack. Oh, shit. Okay. Ich weiß ja nicht, aus welchem Grund man hier die Bewegung, Umgebung im Auge behalten sollte. Weil ob wir es, sollte es ja eigentlich eine sichere Station sein. Junge. Alles klar. So, geschafft. Die Aufnahmen von mir sind gelöscht. Gut gemacht, Kleine. Ich glaube, die ist mit Slyro am Ficken. Ich dachte, vielleicht gibt es nochmal so einen kleinen... Damit er mich nicht entdeckt. Ja, ich habe so das Gefühl, der hat mit Slyro irgendwas am Laufen. So. Suddenly. Ich gehe überall hin, wo sie mich einsetzen. Dann geht hier endlich was ab. Nix. Jag es hoch. Nein. Ich sehe einen Lüftungsschacht auf dem Plan. Damit kommst du über den Raum. Bin im Schacht. Was jetzt? Puh. Hallo? Hier sind hohe Tiere vom Imperium. Ich weiß nicht wer, aber sie kamen allein. Also bitte alles, nur nicht jetzt nach Wreda. Also ich fände jetzt einen Auftritt von irgendeinem bekannten sehr dürftig. Ich hatte mehr von einer der teuersten Kopfgeldjägerinnen im Outer Rim erwartet. Ich bin raus. Wenn du aufgibst, trägst du die Kosten. Ich schätze, dein bescheidener Besitz auf Niamus sollte reichen. Woher weißt du überhaupt... Du gehörst mir, Vale. Bring's zu Ende. Ah, und suddenly dieser Teil des Imperiums? Das ist ja mal interessant. Ah, Mann. Oh. Ich bin überrascht. Es geht halt auch nie ohne. Der Imperator ist informiert. Das Sarek-Besch-Syndikat infiltriert die Unterwelt bis in den letzten Winkel der Galaxis. Wir stehen kurz davor, das Rebellennetzwerk aufzudecken. Das ist ein unvergleichlicher Erfolg für das ISB. Sarek-Besch hat noch kein einziges Mitglied der Rebellenallianz gefunden. Das ist Unsinn. Ohne Rebellen hat Sarek-Besch versagt. Sie haben versagt, Direktor Barscher. Versagt? Das ISB hat das innovativste Nachrichtendienstnetzwerk des Imperiums aufgestellt. Und in wenigen Wochen mehr erreicht als die gesamte imperiale Armee. Eine Armee, durch deren hirnlose Prahlerei eine ganze Rebellenflotte von Hoth entkam. Es ist das ISB, das diesen Krieg gewinnen wird. Ja, okay, das ist geil gemacht. Vielleicht geht's ja wirklich nicht ohne. Okay, krasser Auftritt. Macht mein Schiff klar. Sofort. Puh. Okay. 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 Kay, was siehst du? Ich, äh, ich bin nicht sicher, ich kann... Kleine Augen auf das Ziel. Ja, schon klar. Wir haben ein Problem. Slyro hat jemanden getroffen, der... Ach, ich weiß auch nicht. Er hat den ganzen Raum zerlegt. Slyro ist ein Imperialer. Ein ISB-Direktor. Wusstest du das? Was? So verrückt bin ich nicht. Das ist übel. Komm zurück. Das wächst uns über den Kopf. Und was ist mit dem Schlüssel? Slyro ist weg. So kommen wir vielleicht noch mit dem Leben davon. Nein. Wenn du abhauen willst, gut. Aber ich hol mir die Kopf. Wenn das Slyros Basis ist, muss er doch ein Zimmer haben oder ein Safe oder sonst was. Ach. Gib mir eine Sekunde. Aber bleib in Bewegung. Wenn das stimmt, ist es ganz in der Nähe. Du müsstest jetzt direkt davorstehen. Ach, die Tür ist verschlossen. Die hat einen eigenen Schaltkreis. Mach nix, Mann. Nix macht es. Ich glaube, ich habe sein Quartier gefunden. Du bist auf dem richtigen Weg. Aber Kay, ich kriege das hin. Ich kann das. Wie du meinst. Ich muss trotzdem sagen... Ich muss trotzdem sagen, es wäre wirklich... ... ... ... ... ... Sehr erfrischend gewesen. Mach schnell, Kay. Das haben Sie definitiv bemerkt. Wenn es mal... ... ... ... Darth Vader, Skywalker, ... ... Ich habe gerade nicht mehr so viel Glück mit dem Hacken, ne? Okay. Ich glaube, ... ... ... ... Sind wir sowieso tot. Hm, stimmt auch wieder. Vorsicht, Nix. Lass dich nicht sehen. Nix, wie wir es geübt haben. Komm ich hier weiter nach vorne, oder? Ja, hier geht es weiter nach vorne. Ja gut. Erstaunlich, dass Sie sich mit uns angehen. Verstanden. Bleibe in Alarmbereitschaft. Hey, ich sehe die Konsole. Äh, stopp. Aber hier sind ungefähr 100 Ims. An alle Einheiten kommen Sie umgehend in den Besprechungsraum für, äh, eine Notbesprechung. Verlieren Sie keine Zeit. Ein paar sind weg, aber... ... 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 Dann machen wir mal. Ich hab wirklich gerade nur noch Pech. Die kassieren auch immer die Lorbeeren für alles. Oh, und ich hab einen Ausgang für dich. Schicke die Koordinaten. Geht's dir gut, Kay? Gut ist nicht das Wort, das ich verwenden würde, aber wir kriegen das hin. Denk dran, es wird sich lohnen. Mit diesem Auftrag werden wir das Blatt wenden und holen uns einen kleinen Anteil an der Galaxis, die es auf uns abgesehen hat. Aha, wir reden später, Jalen. Das ist alles gerade ziemlich brenzlig hier. Ich glaube, ganz ehrlich, so sneaky, hab ich das ganze Spiel noch nicht geschafft. Scheiße, Alter. Geht's hier irgendwo hoch? Nee. Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Okay, ich bin da, wo ich sein sollte. Ist das die richtige Richtung? Aha, du bist fast da. Und ich hab jeden Alarmknopf. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Direktor Barscha duldet keine Nachlässigkeit, egal wann er gelandet ist. Scheiße. Ich hatte ein bisschen gehofft. Ich hätte das Ding, äh... noch richtig wegsabotiert. Hey, öffne den Schart. Vorsicht, noch mehr Truppler. Geh nach oben, ich hab ne Tür geöffnet. Neue, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Ja. Der ist jetzt weg. Okay, jetzt schnell, 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 schnell. Wo mich jemand sieht. Bisher habe ich sie nur alarmiert, aber noch nicht, also nicht alarmiert. Nur nervös gemacht. Oh Gott, also die Mission, die ist aber auch knackig lang. Liegt aber auch da drin, dass wir jetzt gerade innerhalb der Folge... Direktor Warscher duldet keine Nachlässigkeit. Egal wann er gelandet ist, sein Shuttle muss ständig startbereit sein. Ich will keine Ausflüchte hören, ich will Taten sehen. Ist ja noch die Hälfte von der Quest vorher drin gewesen. Dann wird das jetzt einfach eine längere Folge für euch auf den Sonntag. Schön. Hey, ich sehe dich. Komm runter zu mir. Gibt es keinen leichteren Weg? Willst du es leicht oder sicher? Ich bin überrascht. Du hast dich verändert. Sehr. Mein Leben ging weiter, nachdem du weg warst. Das mag nicht viel zählen, aber ich... Ich hielt es für das Beste. Und sieh dich an. Du hast mich nicht gebraucht. Okay. Ich hab's gehört. Junge, geht dir einfach so eine Scheiße auf. Nenn das einfach die Super-Sonntags-Sonderfolge. In super-duper-Ober-Länge. Ich werde hierbei aber nicht erschossen, oder? Was glaubst du, warum ich dich da lang schicke? Hier läuft alles vollautomatisch. Es ist keiner da, der auf uns schießen könnte. Was sind das für Kapseln? Ich dachte, das ist halt die Abschussstation von Rettungskapseln, aber... So, und jetzt erschießen wir die Alten, dann verpissen wir ihn. Ich lauf extra große Runde. Wie beim Sportunterricht. Für Bonusbelohnung. Boah. Na gut, also los. Für die Rebellion. Was? Was? Als ob die sowas drauf hätten. Naja, die haben immerhin einen Todessternblatt gemacht. Nip-bam-bidibadbum. Nip-bam-bidibidibadbum. Nip-bam-bidibadbum. Boah. Ich mach jetzt noch ein bisschen länger. Ich will wissen, was jetzt hier in der Videosequenz kommt. Ich bin... Ich bin... Zittrig. Ach, wir sind jetzt hier. Ah, das läuft jetzt wirklich alles am Stück. Okay. Du solltest nicht zurückkommen, Kay. Seit wann höre ich denn auf dich? Sieht genauso aus wie früher. Warum was ändern, was funktioniert? Geht's dir gut? Klar. Ich hab nur Sachen gesehen. Ich weiß nicht, worauf wir uns einlassen. Sag ihnen nur das Nötigste. Es gibt ein Problem. Sarek Besh ist nur eine Fassade. Und Sneru ISB. Kuss hat. Imperiales Sicherheitsbüro. Der Imperiale Nachrichtendienst. Die überwachen alles und sind viel gefährlicher als Sturmtruppen. Wenn die uns kriegen, sind nicht nur wir tot, sondern... Alle, die wir kennen. Wer jetzt aussteigt, verabschiedet sich auch von 157 Millionen Kredits. Du hast es gewusst. Wärst du hier, wenn ich's gesagt hätte? Dank Forik, Nobata. Datsa, Pietsch, Hotza. Doch jetzt hast du Angst. Du hast alles verloren. Und das ist deine Chance auf einen Neuanfang. Oder ein paar Millionen für einen Ex-Imperialen, um abzutauchen. Und Rebellionen brauchen mehr als nur Hoffnung. Erst recht, wenn sie scheitern. Kay. Wir wären alle jetzt nicht hier. Hättest du nicht bewiesen, dass es geht. Du hast den Tresorraum selbst gesehen. Das ist deine einzige Chance auf Freiheit. Freiheit! Kein Todesmahl. Niemand, der hinter dir her ist. Was sagst du dazu? Beim letzten Versuch ist mir ein Schwachpunkt aufgefallen. Und zwar ist es der Hangar. Diese Codes bringen uns ins Belüftungssystem. Sleros Tresore sind mit Energieschranken gesichert. Nichts, womit zwei Hacker nicht fertig werden. Sobald die Schranken aus sind, werden die Geschütze aktiviert. Ich sicher den Fluchtweg durchs Casino und tu ganz harmlos. Der TT-8L-Druide, der den Tresor bewacht, ist das Beste auf dem Markt. Aber ich bin besser. Der Tresor hat Chromium-Zeitschlösser, ist nicht zu knacken. Taguacuti-Spatiza. Kava Blasto no via no lia. Wenn wir den Tresor haben, müssen wir schleunigster raus. Wie wär's mit der Kanalisation? Es gibt keine Pläne, aber mit einem Sender könntet ihr uns finden. Andy 5 und ich warten am Landeplatz mit der Bahnbrecher. Und dann auf in die Freiheit. Na gut. Wenden wir das Blatt. Oder wir hätten uns einfach vorhin 30.000 Ruiden produzieren lassen und wären damit einmarschiert. Ja. Und damit mache ich es besonders spannend. Und wir sehen uns morgen mit wahrscheinlich dem letzten Part von Star Wars Outlaws. Ja, ich bleibe immer noch bei meiner Bewertung. Macht Spaß. 8,5 von 10. Solide. Leider grafisch nicht so schön, wie es wahrscheinlich sein könnte. Aber nichtsdestotrotz. Was immer gut aussieht, ist ein Daumen, ist ein Abo und ein Kommentar. Und vielleicht sehen wir uns auch im Twitch-Chat. Haut rein. Kussi. Ich bin Jesse Nieven. Und euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ich bin Peach. Vielen Dank.